DHCP, was für Dynamics Host Configuration Protocol steht, ist ein Protokoll, welches hauptsächlich für die automatische Verteilung von IP-Adressen verwendet wird. Dieser erleichtert besonders in größeren Netzwerken die Zuteilung von IP-Adressen um ein Vielfaches. In der Arbeitswelt übernimmt ein sogenannter DHCP-Server die Rolle der IP-Adressverteilung über das DHCP-Protokoll. Der Ablauf sieht so aus, dass wenn ein neues Gerät sich im Netzwerk befindet und noch keine lokale IP-Adresse besitzt, dieses Gerät im Netzwerk nach einem DHCP-Server sucht und nach einer IP-Adresse fragt. Diesen Formel nennt man Discover. Erhält der DHCP-Server die Discover-Nachricht des Clients, so überprüft er zuerst, welche IP-Adressen zur Verfügung stehen und schickt dem Client eine Offer-Nachricht, mit welcher eine IP-Adresse angeboten wird. Der Client wiederum schickt eine Request-Nachricht an den Server zurück, womit er ausdrückt, die angebotene IP-Adresse beanspruchen zu wollen. Der Server schickt daraufhin eine Acknowledgement-Nachricht zurück, mit welchem er den IP-Request bestätigt und die gewünschte IP-Adresse zuteilt. Diesen Vorgang der IP-Adressverteilung über DHCP nennt man DORA. Mit dem DHCP-Protokoll werden zusätzlich zur IP-Adresse auch weitere Informationen übertragen, z.B. der Name von bestimmten Server. Vorgang der IP-Adressverteilung über DHCP-Protokoll. 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 Untertitelung des ZDF, 2020